Wir hatten ja schon Videos darüber gemacht, wie wir Farben in Photoshop ändern können, wie wir auch ein buntes Hemd zum Beispiel oder einen bunten Anzug in einen schwarzen oder einen weißen Anzug verwandeln können. Jetzt ist aber noch die Frage, was kann ich denn tun, wenn ich ein weißes Hemd zum Beispiel habe bei einem Model und dieses Hemd einfärben möchte. Das funktioniert dann tatsächlich nämlich nicht so einfach mit Farbton und Sättigung und einfach ein bisschen dunkler machen, sondern da muss man dann doch ein bisschen anders vorgehen. Und das zeige ich dir heute in diesem Video, wie man also aus einem weißen Hemd zum Beispiel ein blaues Hemd machen kann oder ein rotes Hemd, was auch immer und das Ganze dann am Ende auch noch wirklich realistisch aussieht. Dabei ganz viel Spaß und natürlich gibt es auch heute wieder was zu gewinnen im Adventskalender. Falls du da noch nicht teilgenommen hast, falls du dich noch nicht eingetragen hast, erster Link unten in der Videobeschreibung, da einfach deine E-Mail angeben. Dann bist du automatisch in allen Verlosungen täglich hier mit dabei bis Weihnachten und heute gibt es wieder zwei Lizenzen von Lumina Neo. Also falls du Lumina Neo selber noch nicht hast und du noch nicht im Adventskalender angemeldet bist, dann auf jeden Fall anmelden. Dann bist du in der Verlosung mit dabei. Gewinner wird morgen früh bekannt gegeben und natürlich bist du dann auch, wie gesagt, für alle kommenden Verlosungen bis Weihnachten noch mit am Start. Damit ganz viel Glück dafür und jetzt ab ins Video. Ich habe hier ein Foto, wo das Model jetzt in dem Fall ein weißes Hemd anhat. Und wir hatten uns überlegt, naja, weiß passt irgendwie zu der Location doch nicht ganz so gut und vielleicht kann man das im Nachhinein irgendwie noch so ein bisschen einfärmen. Aber weiß einfärmen ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man das vielleicht gewohnt ist, wenn man eine Farbe in eine andere Farbe ändern will. Da hatte ich ja auch schon ein Video zu gemacht, wo man einfach eine andere Farbe nehmen könnte. Aber du siehst schon, das weiße Hemd, das lässt sich so semi-einfärmen. Und selbst wenn man jetzt hier mit der Sättigung noch arbeitet und auch die Helligkeit hoch oder runter dreht, so richtig schön wird es halt nicht, selbst wenn wir es am Ende maskieren würden. Also das funktioniert irgendwie nicht so richtig, aber wir können eine andere Methode verwenden. Und dafür würde ich jetzt als erstes mal eine Auswahl von dem Hemd erstellen. Ich mache das jetzt so ein bisschen quick and dirty. Das heißt, ich würde als erstes mal einfach eine Auswahl von dem Motiv, also von der Person erstellen. Das kann Photoshop automatisch machen. Das Problem wird jetzt hier einfach bei dem Motiv sein, dass wir dadurch, dass wir so offen, blendig fotografiert haben, ja eine sehr weiche Kante haben, müssen wir mal gucken. Aber an der Auswahl und an der Maskierung kannst du da natürlich an deinem Motiv so lange arbeiten, wie du möchtest. Ich zeige es dir jetzt hier mal quick and dirty. Ich würde jetzt hier noch das Schnellauswahlwerkzeug nehmen und mit gerückter Optionstaste mit dem Minuspinsel hier arbeiten und damit so alle Hauttöne noch rausnehmen. Ich möchte also wirklich nur das Weiß von dem Hemd haben. Ja, hier auch die ganzen Haare und so weiter. Das kann alles weg. Aber wie gesagt, ich möchte mich jetzt nicht aufhalten an der Auswahl, an der Maskierung. Das kannst du dann natürlich bei deinem Motiv, wo du das ändern möchtest, immer noch sehr viel genauer machen. Ich erstelle jetzt erst mal hier eine Gruppe. Und diese Gruppe soll jetzt als Ebenenmaske genau diese Auswahl bekommen. Das heißt, Gruppe erstellt und jetzt als nächstes klicke ich hier einmal auf die Ebenenmaske und dann siehst du, dass diese Gruppe diese Maske hier bekommen hat. Und alles, was wir jetzt in diese Gruppe reinpacken, wird dann diese Maske auch haben. Das heißt, ich muss jetzt nicht jede einzelne Einstellungsebene mit einer Maske versehen, sondern ich habe einfach die Gruppe mit einer Maske versehen. Und dadurch können wir dann auch immer, wenn wir noch die Maske irgendwie korrigieren wollen, müssen wir das tatsächlich nur einmal machen und nicht bei jeder Einstellungsebene. So, und jetzt kann ich als nächstes hier unter dem Menüpunkt hier unten mal eine Farbfläche hier hinzufügen. Hier kann ich jetzt erst mal jede Farbe ausruhen. Ich würde jetzt erst mal mit etwas hellerem anfangen. Wir können es dann immer noch weiter abdunkeln. Fangen wir doch einfach mal mit etwas bläulichem an hier. Also ich würde das Hemd jetzt so ein bisschen bläulich einfärben. Ich kann jetzt hier die Sättigung einstellen und natürlich auch die Helligkeit. Und ich würde jetzt einfach mal hier am Anfang irgendwie sowas in die Richtung nehmen. Also nicht wundern, das kann man auch noch viel dunkler machen. Und es sieht jetzt am Anfang natürlich auch erst mal völlig sonderbar aus. Was wir jetzt machen müssen, ist einmal hier die Ebenenblendmethode von normal hier einmal auf Multiplizieren stellen. Und jetzt hat das Ganze doch schon wesentlich mehr Charme, denn jetzt sieht man nämlich auch die ganzen Falten von dem Hemd wieder. Das sieht an sich schon mal ganz okay aus, ja, aber natürlich noch nicht optimal. Ich würde jetzt hier in der Korrekturenpalette mir mal noch eine Gradationskurve raussuchen. Die lege ich jetzt hier oben drüber. Und wie gesagt, wir müssen jetzt hier nichts mehr maskieren, weil die Gruppe hier schon die Maske hat. Und jetzt können wir dem Ganzen hier noch ein bisschen mehr Kontrast geben. Also ich könnte das Ganze jetzt hier mal in Tiefen noch so ein bisschen abdunkeln. In den hellen Bildbereichen hellen wir es mal wieder so ein bisschen auf. Also einfach so ein bisschen mehr Dreidimensionalität noch hier mit reinbringen. Und dann sieht man auch schon, okay, wir gewinnen jetzt hier schon wieder an Sättigung. Das heißt, das könnte man dann tatsächlich gleich nochmal so ein bisschen rausnehmen. Ich kann ja jederzeit auf die Farbfläche wieder raufklicken und dann zum Beispiel hier die Sättigung wieder ein bisschen rausnehmen. Ich könnte es jetzt auch noch ein bisschen dunkler machen. Also je nachdem, wie man das gerne möchte. Und das Schöne ist jetzt, ich kann natürlich auch mit einem Klick einfach reingehen und sagen, ich möchte zum Beispiel ein grünes Shirt oder ein grünes Hemd haben oder ein gelbes Hemd oder ein rotes Hemd. Das ist vollkommen egal. Wir können hier wirklich jetzt jede Farbe auswählen. Das ist das Schöne da dran. Ich mache es jetzt hier mal noch ein bisschen dunkler. So in die Richtung. Und wenn es jetzt dunkler wird, dann sieht es schon wieder ein bisschen unrealistisch aus. Deswegen werde ich jetzt hier mal noch eine weitere Korrekturebene, nochmal eine Gradationskurve anlegen. Und werde jetzt mal wirklich die hellen Bildbereiche hier komplett mal crashen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Die dunklen Bildbereiche mal wieder ein bisschen dunkler. Und wenn ich jetzt hier mal einen Doppelklick drauf mache, dann öffnet sich jetzt hier das Ebenenstilfenster. Und jetzt können wir hier unten die darunter liegende Ebene, da können wir jetzt die dunklen Bildbereiche davon mal wieder so ein bisschen rausnehmen. Mit gerückter Options- oder Alt-Taste kann ich das Ganze jetzt hier auch noch so ein bisschen auffächern. Das bedeutet, wir haben jetzt hier auch so eine weichere Verlaufskante dann da drin. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, also jetzt haben wir das Ganze hier auch ein bisschen dunkler wieder bekommen. Und damit wirkt das Ganze so ein bisschen plastischer. Also wir haben jetzt die hellen Bildbereiche da wieder so ein bisschen mehr mit reingebracht. Und gleichzeitig die untere Kurve könnte ich jetzt mehr dafür noch nutzen, um das Ganze noch so ein bisschen abzudunkeln. Hier auch gerade in den dunklen Bildbereichen. Hier ziehen wir das Ganze noch so ein bisschen rein. Und natürlich auch jederzeit hier in der Farbfüllung drin. Da kann ich das Ganze dann auch noch mal ändern. Ja, so von der Sättigung gehe ich noch mal ein bisschen weiter raus. So, und jetzt kann man sich so langsam hier rantasten, wie das Ganze für einen persönlich vom Geschmack her aussieht. Aber grundsätzlich haben wir jetzt hier in dieser Gruppe alles drin. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Und wir haben damit schon, wie ich finde, ein ganz gutes Ergebnis erreicht. Das ist jetzt natürlich dann immer noch ein bisschen Geschmackssache. Man kann es immer noch ein bisschen weiterziehen hier. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, sieht das doch schon mal ganz gut aus. Und wie gesagt, jederzeit einfach eine andere Farbe, wenn man Bock hat. Dann muss man das natürlich immer noch mal so ein bisschen anpassen. Aber grundsätzlich kann ich hier zum Beispiel auch ein grünes Shirt nehmen. Wobei ich grün persönlich überhaupt nicht mag, gerade bei Hemden und so weiter. Aber auch das ist Geschmackssache. Ich würde da eher bei so einem Blau bleiben, glaube ich. Sowas in die Richtung hier. Und da noch ein bisschen entsättigen. Für mich sieht das eigentlich ganz schön aus. Und dann ist es auch nicht ganz so krass geändert. Vorher, nachher. Aber grundsätzlich kannst du natürlich auch ein schwarzes Hemd draus machen. Du musst halt einfach die Sättigung komplett rausnehmen. Und dann entsprechend jetzt hier das Ganze dunkler machen. Dann könnte man theoretisch auch ein schwarzes Hemd draus machen. Dann müsste man jetzt mit den Gradationskurven auch noch mal ein bisschen spielen. Aber grundsätzlich ist natürlich auch das möglich. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch morgen im nächsten Video direkt wieder. Es geht ja Schlag auf Schlag hier. Wie gesagt, wenn du in der Verlosung noch nicht mit am Start bist, erster Link unten in der Videobeschreibung. Dann kannst du heute Luminar Neo gewinnen. Und morgen schon wieder was ganz anderes. Was das ist, wirst du morgen erfahren. Also, bis morgen. Ciao. 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 .